so willkommen zurück zu layers auf hier dann machen wir mal hier weiter ach ist ja schon haben die kinder gemalt ja na sommer steht diesmal da schwank oder trunk dann schauen wir mal hier ja was haben wir denn hier auch kommt leute nach wieder so eine krasse scheiße hier das game is crazy also dunkel kann man kaum lesen sehr schön ich liebe diesen quatsch ist auch so super hell hier aber wir gucken ja da wollte gucken ach komm guck mal im tier mal hieß erstmal nischt doch jammert doch kräftet 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 krater Der hat ja mal wieder richtig gesessen, ey. Meine Fresse, wo sind wir denn jetzt, ne? Ey, das wird hier immer dunkler, kann das sein? Oh Mann, ey. Ja, das wird hier immer dunkler, warum auch immer. Na, das zu. Oh, Leute, der macht das Licht an. Hä? Ist ja ein bisschen merkwürdig alles, ey. Nüscht drinne, was ich gebrauchen kann. Ja, ist doch krank, Alter. Tausend Wege hier. Auf dem Puff hier. Oh Mann, ey. Du Schwördgegenänder. Wo? Der rei. Boah, das ist wirklich krass dunkel, ey. Boah, ey. Wieder zurück, oder was? Wahnsinn, wie sich das hier alles verändert, ey. Uff, was war denn das? Ah, hier wieder so ein Bild, ey. Äh, was? Da ist ne Tür. Oh Mann, ey. Wir gucken erst mal hier. Mal gucken, ob die Tür offen ist hier. Jawohl. Oh Mann, ey. Äh, was die Rose, ey. Hm, was das ist, ey. Gute Frage, ey. Machen wir hier alles auf. Mal gucken. Mhm. So, da hinten ist ne Tür. Na gut, zurück kommen wir nicht mehr. Oh Mann, ey, das ist doch krass, ey, hier. Äh, schön hat sich das Bild ja schön geändert. Pfff. Hm. Ja. Damit macht nisch recht nicht mit sowas hier, ey. Äh, die Tür geht auch immer wieder zu. Äh, kennen wir ja schon. Äh, die Lichtschalter sind hier auch nicht mehr vorhanden, oder? Äh. Scheiße, ey. Äh, ich frag mich, durch wie viele Räume ich hier schon herjagen bin, ey. Hm, jetzt haben wir wieder hier so ne Scheiße, ey. Ja, ey, rennen die Tür durch tausend Tür und immer der gleiche. Ja. War ja klar, ey, irgendwie. Oh Mann, ey. Wenn man wirklich hier umdrehe, ist irgendwas anderes, ey. Dann bin ich normal, hier. Das war gut, ey. Kalk jetzt weiter. Pfff. Dankeschön. Na, die sind da. Ich mach die Scheiße hier zu. Oh, komm mal hier raus. Mann, wer kloppt denn hier? Hm, ich geh lieber mal wieder. Ja, 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 ja. Boah, es wird ja immer besser hier. Aber sehr schön aufgewohnt, muss man ja sagen, ja. Oh, was haben wir denn hier? Sieht ja auch mal cool aus. Na? Muss ich denn hier ständig mal was verändern? Ah, was zum Aufziehen. Äh, kann ich wohl schon denken, was das ist. Naja. Ich bin noch nicht verrückt, ey. Die Tür ist schon mal zu. Sehr schön. Oh, Mann, ey. Ich spürt alles, Macke, ey. Boah, ist ja gut jetzt, ey. Boah. Boah. Kriegst du eine Macke, Alter? Oh, Mann, Alter, ich feier das Game so, ey. Oh. Kommt ja immer dichter. Warum denn nicht, ey? Kriegen wir, wenn wir. Boah. 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 Na ja, komm, fütt noch ein Stück, ne? Na, sag ich doch. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. Keine Fakten. Warum ist die zu? Warum ist die verdammte Tür zu? Jawohl, Alter. Das geht der Clown hier auch raus, ey. Super. Ich hoffe, dass die Tür jetzt offen ist. Oh, Alter, jetzt noch größer. Mama mia, Alter. Ja, würde ich sagen, mach mal hier Schluss. Und sehen uns dann im nächsten Part wieder hoch da rein. Bis dann.